Manchmal weiß man schon, bevor man sich begegnet, dass man füreinander bestimmt ist. Manchmal kann ein Moment in der Gegenwart über viele Jahre unserer Zukunft entscheiden. Manchmal muss man erst eine vergangene Liebe loslassen, um wieder neues Glück zu finden. Über uns der Himmel. Jetzt im Buchhandel. Eine unglaublich bewegende Geschichte, die Sie zu Tränen rühren wird.